Heute bei uns zu Gast sind Barbara Marksteiner und Sabine Grünberger, zwei leidenschaftliche Goldhaubenfrauen aus dem Bezirk Berg in Oberösterreich. Sie plaudern aus dem Nähkästchen und verraten uns, wieso Goldhauben eigentlich nur von Frauen getragen werden und was sie dazu bewegt, 300 bis 400 Stunden in die Anfertigung einer dieser Goldhauben zu investieren. Sei gespannt auf eine Folge der ganz anderen Art und freue dich auf traditionelle, geschichtliche und moderne Infos rund um die Goldhaube. Hallo liebe Flow City Community. Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbooster ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund. Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt ist Ehrensache. Wir dürfen euch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Liebe Barbara, liebe Sabine, wir haben am Anfang ein paar Fragen, damit wir euch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage, die mich interessieren wird, ist, tragt sie lieber Tracht oder sportliche Kleidung? Also ich für meinen Teil trage lieber Tracht. Okay. Ich mache das auch beruflich unter Anführungszeichen, weil ich sehr gerne im Gästehaus ein Dirndlkleid zum Servieren vom Frühstück zum Beispiel trage. Mir ist das so, dass ich, wenn der Rahmen irgendwie passt, sehr, sehr gern Tracht trage. Also dort, wo es möglich ist oder wo ich mir denke, da passt es heute, trage ich sehr, sehr gern Tracht. Wenn ich jetzt an meinem Arbeitsplatz im Dirndlkleid erscheinen würde, dann glaube ich, kann man die mal ein bisschen nicht ganz optimal gekleidet werden. Okay. Also so in einem klassischen Büro ist mir halt im Dirndlkleid leicht overdressed. Leicht overdressed, wobei ich habe kürzlich von einer Goldhaubenfrau, die ist Firmeninhaberin, gehört, dass ihre Mitarbeiterin, ihre sehr geschätzte Mitarbeiterin gesagt hat, weißt du was, ich komme aus dem Dirndlkleid in die Arbeit, weil ich habe so viel Dirndlkleid und ich will so ein wenig mehr anziehen. Das ist ja auch spannend. Die zweite Frage, die mich interessieren wird, weil bei den Goldhaubenfrauen ja sehr viel handwerklich gemacht wird, darfst du ihr lieber häkeln oder lieber stricken? Also ich tue leidenschaftlich gern stricken, allerdings keine Socken, keine Feistlinge, sondern Perlen stricken. Das ist eigentlich sehr eine alte Technik, wo man dann so Beutel zum Beispiel stricken kann oder Geldtaschen stricken kann. Bei mir ist es eher in Richtung Wieder-Nach. Also war nämlich schon entscheidend, muss ich dann nämlich häkeln. Aber was ich unendlich gern tue, ist sticken und nähen. Also das sind meine handwerklichen Neigungen. Also ich tue wirklich sehr, sehr gerne nähen, nähe auch wirklich sehr viel. Also es vergeht keine Woche, wo ich meine Nähmaschine starte. Wow. Und eben auch beim Sticken. Okay. Also meine Nähmaschine ist immer am Nähplatz und immer ausgepackt und immer bereit. Meine übrigens auch, da schaut es furchtbar aus. Ich fange immer irgendwas an und dann dauert es halt wieder, bis ich dazu komme. Und merkt euch eine Leidenschaft zum Handwerk. Und die letzte Frage, die wir hätten zu euch persönlich, war, dass ihr lieber gemütlich ein Buch lesen oder die Tracht am Kirtag ausführen? Wieder eine schwierige Frage. Die Tracht in Kirchen ausführen. Die Tracht bei einem Ausflug ausführen. Die Tracht vielleicht auch bei einem Kirtag ausführen. Aber das kommt ein bisschen auf den Kirtag drauf. Okay. Also man hat so einen richtigen, deftigen Kirtag. Also beim Oktoberfest weiß ich nicht, ob ich richtig war. Aber ansonsten würde ich einmal sagen, dass ich dazu bin und ich recht einig sind, was das angeht. Wir haben ja da heute ganz trachtige und traditionelle Damen bei uns. Und vielleicht ganz kurz zu Beginn für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, die jetzt kein Bild von Goldhabenfrauen haben. Was machen denn Goldhabenfrauen überhaupt? Naja, in erster Linie natürlich führen wir Goldhabenfrauen unser Goldhabenbruch aus. Das ist ja unser Markenzeichen, unser charakteristisches Element, das, was uns ausmacht. Also dieses Gold auf unserem Haupte, das wir ausführen, mit denen wir halt verschiedene Feste da feierlich ergänzen. Aber natürlich ist das noch viel mehr Goldhabenfrau sein. Das heißt einfach, dass man sich an einer Tradition verbunden fühlt, dass man einer Gemeinschaft zugehört, dass man in der Gemeinschaft gemeinsam was unternimmt, was macht und andere unterstützen kann. Das ist das, was uns Goldhabenfrauen verbindet und ausmacht. Das sozial-karitative Element ist eigentlich der Schwerpunkt der Goldhabengemeinschaft. Und insofern kann man die Goldhaube eigentlich auch als Symbol für Wohltätigkeit verstehen. Was sozusagen ja auch aus der Geschichte heraus einen Unterschied macht. Ja. Weil früher stand die Goldhaube für die Präsentation des Reichtums, des sozialen Status. Und heute steht die Goldhaube eigentlich für diese Gemeinschaft, die sozial-karitativ tätig ist. Das ist jetzt ganz schön zusammengefasst. Und das macht für mich jetzt sehr einfach, wozu die Goldhaube dient. Weil das ist nämlich so das Markenzeichen, wo ich zumindest im Ort immer die Goldhaubendamen sehr schnell erkenne, die führen die Tracht aus und vor allem auch die Goldhaube an sich. Und ich habe das schon ein paar Mal beobachtet. Es gibt ja auch schwarze Goldhauben. Gibt es da einen Unterschied zwischen so schwarzen Goldhauben und goldene Goldhauben? Also in dieser großen Familie der Hauben gibt es mehreres. Also wie du richtig gesehen hast, es gibt goldene Hauben, es gibt schwarze Hauben. Dann gibt es auch Halbgoldhauben. Das sind schwarze Hauben, wo ein paar kleine goldene Teile draufgestickt sind meistens. Dann gibt es noch Floorhauben. Das sind Hauben, die überhaupt keine Bestickung haben. Aber ein schwarzer Spitzenflor sozusagen die Basis der Haube ist. Und eigentlich ist das sehr landläufig. Die Meinung, die schwarze Hauben ist eine Witwenhaube. Wenn wir halt heute schwarz als Trauerfarbe verstehen, ist aber ein Irrtum. Früher war es einfach so, dass sich nicht jede Frau eine Goldhaube leisten konnte. Und das zweitfestlichste noch Gold war die Farbe schwarz. Und dann hat man halt einen schwarzen Spitzenflor genommen und hat den, wo man hatte oder sich leisten konnte, noch schwarze Glasperlen draufgenäht. Und dann hat man halt eine schwarze Haube getragen. Es war ja mehr die Alltagshaube, weil, wie du dir vorstellen kannst, eine Goldhaube eignet sich nicht so gut, um auf den Markt zu gehen. Da war oft die schwarze Haube dann die bessere Wahl. Also die reichen Bürgerinnen, die haben durchaus eine, zwei, drei Goldhauben gehabt und dann auch noch mehrere schwarze Hauben für sozusagen die Goldhaube für den Sonntag und die schwarze Haube für den Alltag. Ah, jetzt bin ich ja schwarze Hauben. Zur Goldhaube vielleicht an sich. Wird die Goldhaube immer in Verbindung mit den Trachtengleidern getragen oder gibt es Anlässe, wo man nur die Goldhaube an sich aufhat? Nein. Also die Goldhaube wird tatsächlich zum Seidengewand getragen. Also zu dieser Festpracht, das kann ein Bürgerkleid sein, das aus der Entstehungszeit der Goldhaube kommt. Also da sind sozusagen Schnitte aus dem Ampyr, aus dem Biedermeier, sind da häufig gesehen, bis auf zur Jahrhundertwende und seit dieser Erneuerung natürlich auch modernere Seidenkleider, die allerdings trotzdem lang sein sollten und ein- oder zweiteilig, aber in moderneren Schnittführungen. Also man muss nicht mehr ein Biedermeierkleid mit Hammel oder Keulenärmeln tragen. Man kann durchaus auch ein schnittiges, modernes, durchaus ein bisschen figurbedonteres Kleid tragen. Und wie lange wird dann so eine Goldhaube gearbeitet und wird nur die Goldhaube selbst gefertigt oder auch das Dirndl? Wie ist das bei euch? Ja, das kommt ganz auf das Talent und die Ausdauer an. Also auch die Goldhaube muss man nicht selber fertigen. Viel erben eine Goldhaube, manche kaufen auch die Goldhaube. Manche sagen, nein, meine Goldhaube, mit der ich mich nur verbunden, wenn ich mir das selber mache. Man arbeitet da schon lange dran. Also man kann da durchaus auch mit 300 Stunden, wenn sie dicht bestickt ist, dafür rechnen. Also das ist schon eine ganz schöne Zeit. Wenn man sich das zutraut, kann man auch das Seidenkleid selber nähen. Man macht das im Regelfall, wie auch die Goldhaube, unter Anleitung von einer Kursleiterin, die den Schnitt zeichnet und vielleicht auch zuschneidet, mit der man das gemeinsam dann macht, nach den Vorstellungen gestaltet. Man kann das Kleid natürlich auch von einer Schneiderin machen lassen. Und das Dirndl ist ja wieder ein bisschen eine andere Sache. Das Dirndlkleid ist sozusagen eher so ein bisschen ein Alltagskleid von der Goldhaubenfrau. Wenn man jetzt nicht mit der Goldhauben ausgeht, dann kann man zu einem festlichen Anlass eben mit dem Dirndlkleid, das ist ja dieses klassische Dirndlkleid, das ist nicht mehr so kennen, mit dem Levelkittel und der Schürze. Und viele Goldhaubenfrauen nähen sich natürlich auch die Dirndlkleider selber, auch oft wieder bei einem Kurs, wo man das eben dann wirklich gut gestalten kann und professionell umsetzen kann. Bei den Goldhauben gibt es die 4G übrigens, das konnte man eingangs noch dazu sagen. Also das heißt, es gibt vier Regeln, wie man zu einer Goldhaube kommen kann, indem man sie, also geerbt, geschenkt, gestickt oder gekauft. Das sind die, zu mehr Regeln, als bei der Breike ist. Aber so sind die Wege, wie man zu einer Habe kommt. Das haben sich die Politiker dann von den Goldhauben da abgeschaut. Ich habe dir jetzt auch gerade erwähnt, dass ihr euch das vor allem selber macht, die Goldhauben. Gibt es da in Österreich oder in Oberösterreich auch Kurse speziell für Interessierte, wenn man sagt, ich möchte das einmal ausprobieren, kann man auch da wohin gehen oder gibt es überhaupt Kurse? Ja, Kursleiterinnen. Wobei man da jetzt gleich dazu sagt, Kultur gut. Also das heißt, es ist schon ein bisschen über die Grenzen von Oberösterreich hinaus, gerade noch ins Mustviertel rein, ein bisschen in die Steiermark und ins Salzburgische, dann in den bayerischen Raum. Aber prinzipiell ist das nicht für ganz Österreich, sondern eben wirklich zentral in Oberösterreich. Die Goldhauben sozusagen hat diese starke Tradition. Und da ist es eben so, dass wir eigentlich in fast allen Bezirken Kursleiterinnen haben, die wirklich Spezialistinnen sind, die da einfach ein profundes Wissen haben, wissen, wie die Sticktechnik ist, wie man da anfängt, wie man die Haube fertigt, wie man der Haube die Krone aufsetzt, den Knauf, das ist einfach auch wirklich eine perfekte Goldhaube. Es ist eher nicht so, dass man sagt, ich probiere das jetzt einmal aus, sondern eher ist es so, dass man sich entscheidet, ich möchte mir gerne selber Goldhauben sticken, dann geht man zu der Stickkursleiterin, beziehungsweise fragt die Opfer zum Beispiel, zu wem kann ich denn gehen. Und dann entwickelt man das mit der gemeinsam. Und dann merkt man, wie groß die eigene Geduld ist und manchmal vielleicht auch die Leidensfähigkeit, bis das Projekt durchgezogen ist. Also das ist tatsächlich so, dass jede fertige Goldhaube dabei weiß, ist von dem, wie sehr eine Frau an ihre Grenzen gekommen ist. Weil du musst dir denken, wenn du jetzt 300 Stunden für so eine Haube brauchst, das ist jetzt keine einfache Übung, das neben dem Beruf, vielleicht neben der Familie, die Kinder, irgendwie noch unterzubringen. Und insofern wahnsinnig bewundernswert, jedes Stück, das da fertig wird. Nachdem da ja eigene Kurse angeboten werden, heißt es ja auch, dass die Nachfrage sehr groß ist. Da würde mich interessieren, wie groß ist der Verein Goldhauben eigentlich auf Ortsbezirks, vielleicht der Landes- und Bundesebene? Habt ihr da ungefähr ein Zoll im Kopf oder ein Bild davon? Ja, das haben wir. Wir haben da eigentlich recht genaue Zollen. Wir wissen da schon über unsere Mitglieder Bescheid, über die Zollen. Also wir im Bezirk Berg zum Beispiel haben 25 Ortsgruppen und diese Ortsgruppen sind halt je nach Gemeinde verschieden groß. Das kann gehen von einer Ortsgruppe, die vielleicht 15 Goldhauben Damen hat, bis zu großen Ortsgruppen, wo dann irgendwie 90 Goldhauben Frauen dabei sind, haben Frauen und Mädchen. Landesweit, in ganz Oberösterreich, haben wir um die 18.000 Mitglieder. Wow. Und bundesweit gibt es es ja nicht, weil wir ja sozusagen in Oberösterreich sind ja so als oberösterreichische Goldhaubengemeinschaft organisiert. In den anderen Bundesländern gibt es diese Organisation, wie es wir da in Oberösterreich kennen, nicht. Spannend. Das ist ja dann auch sehr spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Bundesländern. Was Ihnen denn da entgeht in Oberösterreich? Also, dass man das aus anderen Bundesländern manchmal hört. Also insbesondere aus den angrenzenden Bereichen, zum Beispiel in Niederösterreich, wo wir das besonders auch hören, wo dann auch viele Frauen sind, die jetzt sagen, man macht es so schade, ob es diese Tradition bei uns nicht gibt, dass man das bei uns nicht kennt. Da war er uns eigentlich auch gern dabei. Und es gibt ja durchaus auch regionale Haubenformen. Also, ganz egal, wo du hinschaust, im Waldviertel zum Beispiel, sind auch durchaus gut dokumentiert oder dort und da noch einzelne Stücke vorhanden. So wie die Urbauerhaube heißt die? Ja, Urbauerhaube heißt die. Das ist da im nördlichen Waldviertel daheim gewesen, um die Richtung Tschechisch-Logakai. Aber damals in der K&K-Zeit war das natürlich nur Österreich-Ungarn. Und das ist halt dann ausgestorben, vor allem so in der Zeit hin zum Zweiten Weltkrieg und nie wiederbelebt worden. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu uns in Oberösterreich, wo die Goldhauben eigentlich durchgehend getragen wurden, allerdings noch nicht immer in der Vereinsform. Also das heißt in den 1920er, 1940er, 50er, 60er Jahren noch nicht als Verein. Aber dann in den meisten Ortsgruppen ab den 1970er Jahren ist das losgegangen. Davor waren es lose Gruppen oder eben einzelne Frauen, die diese Tradition noch hochgehalten haben. Nur in Mauthausen zum Beispiel, da sind wir schon seit 80 Jahren eine Gruppe dokumentiert. Da gibt es halt ein paar so Orte, wo das so eine lange Geschichte hat als Gruppe. Aber das, was für die Goldhaube speziell ist, dass eben, wie gesagt, seit der Entstehung durchgängig auch getragen wurde. Sehr spannend und sehr aufschlussreich. Eine Frage von mir jetzt. Goldhaubengruppen sind ja oft ein bisschen im kirchlichen Bereich zu sehen. Ich habe es ja auch anfangs erwähnt, dass es auch oft in der Kirche getragen wird. Steht die Goldhaubengruppe so an sich jetzt in Verbindung oder in direkter Verbindung auch mit Religion? Nein, prinzipiell nicht. Also wir sind keine religiöse Gemeinschaft oder einer religiösen Gemeinschaft zugehörig. Jede Frau mit jedem Bekenntnis, jeder Glaubensrichtung ist willkommen. Was natürlich schon ein bisschen ist, ist, dass aus unserem Verständnis in unserer Region einfach ganz oft Feste dadurch feierlich werden, dass sie von einem Gottesdienst begleitet werden. Dass das einfach der Gottesdienst das Ganze feierlicher macht und insofern einfach diese Verbindung oft gefüllt wird. Vor allem, weil man halt auch wissen muss aus dem historischen Konnex. Die Goldhaube ist halt einfach an den feierlichen Tagen getragen worden und das war im Regelfall der Sonntag. Das heißt, man hat es zum Kirchgang aufgesetzt, weil ja überhaupt die Bedeckung des Hauptes ja auch mal ein Gebot war sozusagen von der Obrigkeit. Und das ist halt erholten geblieben, heißt aber nicht, dass eine Goldhaube eben nicht auch zu weltlichen Anlässen getragen werden kann. Also das heißt, wenn die Gemeinde irgendeine Feierlichkeit begeht, eine weltliche Feierlichkeit begeht, die nichts mit einem Gottesdienst so jetzt zu tun hat, meinetwegen eine Ehrenbürgerfeier oder was auch immer, dann werden auch sehr gern die Goldhaubenfrauen da zur feierlichen Umrahmung und als schmückendes Beiberg sozusagen mitgenommen. Meine nächste Frage ist vielleicht sehr einfach, weil im Wort Goldhaubenfrauen steckt das Wort Frauen. Und meine Frage dazu ist, sind Goldhauben wirklich nur für Frauen und warum ist das so? Welchen geschichtlichen Hintergrund hat das vielleicht? Na ja, also sozusagen die Bedeckung des Hauptes mit einer Haube war ja durch die Jahrhunderte mehr oder weniger vorgesehen. Also nämlich für jede Frau, die verheiratet war, die unter die Haube kam, die hatte dann also ihre Haare nicht mehr offen zu tragen, sondern eben näher am Kopf im Sinne von einem Knopf und über dem Knopf hat es dann auch noch eine Haube gegeben. Vorher halt Bodenhauben und dann haben die Mautistinnen diese Goldhaube entwickelt. Und jetzt sage ich einmal, logisch ist, dass diese Hauben natürlich damals schon nur Frauen tragen und das ist auch heute so. Wobei natürlich Männer in manchen Ortsgruppen durchaus mit dabei sind, indem es dann entweder Bürger braucht, also zum Beispiel im Steirer Raum, diese Hammerherrenprachten tragen, das sind sozusagen die Männeranzüge der Biedermeierzeit mit einem Hut dazu. In manchen Ortsgruppen gibt es eben dann auch Hutträger, die da mitgehen, Kleinerischen, die mit Lederhose die Mütter da vielleicht begleiten. Und natürlich mögen wir es gern, wenn uns die Männer bei karitativen Zwecken unterstützen und vielleicht einmal die Tische aufstellen und die Bierbänke auf und zu klappen. Aber als Haubenträger würden wir uns das eher nicht wünschen. So aufgeschlossen sind wir gerade noch nicht. Ich habe jetzt gerade einen ziemlichen Aha-Effekt gehabt, damit unter der Haube kommen, woher der Ausdruck vielleicht kommt oder was für einen Zusammenhang das mit sich bürgen kann. Man merkt ja bei euch, dass ihr ziemlich leidenschaftlich dabei seid bei den Goldhaubenfrauen. Und da würde mich interessieren, dass ihr ja Bezirksleiterin quasi und Stellvertreterin seid. Wie seid ihr zu eurer Funktion gekommen und was ist euch ein Anliegen und Ziel, das ihr mit der Leitung von der Goldhaubengruppe verfolgt? Nein, wenn wir dazu gekommen sind, das ist ganz einfach. Unsere Vorgängerinnen haben uns gefragt, ob nicht wir zwei das machen konnten. Und wir haben dann gesagt, ja, also wir möchten uns natürlich darauf vorbereiten und haben da, ich glaube, noch so ein, zwei Jahre Zeit gehabt, dass erstens unsere Kinder größer geworden sind und zweitens wir aber uns auch einfach in die Materie recht tief einarbeiten können haben und haben das mit sehr viel Begeisterung und Spaß übernommen und den haben wir nach wie vor. Die Obfrauen im Bezirk haben das dann auch alle bestätigt, also sozusagen die haben uns dann gewählt und ja, und seither versuchen wir, dass wir unsere Begeisterung da auch weitergeben können. Also für mich ist das wirklich die oberste Triebfeder. Das ist diese Begeisterung für so ein einzigartiges Kulturgut, das wir da in Oberösterreich nämlich original haben. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. So eine festliche Kopfbekleidung, wie wir sie da haben, ist einzigartig. Und wenn man sich damit beschäftigt und mit der Geschichte beschäftigt und je mehr man eigentlich drüber weiß und liest und recherchiert, umso spannender wird es immer wieder. Und diese Begeisterung um mitzubringen, das ist einfach für mich das Hauptanliegen. Ja, wenn ich andere dafür begeistern kann, dann werden die einfach zu Multiplikatoren und jeder kennt das, er fährt gerne in Urlaub und möchte gerne sehen, was dort so richtig typisch ist. Und das ist so etwas, was wirklich für Oberösterreich ein, wenn nicht das, kleidungshistorische und überhaupt kultur und volkskundlich gesehene Alleinstellungsmerkmal ist. Und das finde ich höchst spannend. Ja, und das ist natürlich dann sozusagen diese Begeisterung für dieses einzigartige Kulturgut da einmal, ist natürlich ein zentrales Element. Das, dass wir diese Begeisterung weitergeben, dass wir viele Menschen erreichen mit dieser Begeisterung und dadurch auch wieder Leid gewinnen, die diese Begeisterung teilen, die diese Skulpturgut weitertragen, die diese Tradition auch mit uns, wir alle in Oberösterreich gemeinsam, diese Tradition leben sozusagen, weil sobald wir die Begeisterung verlieren, während man das lebt, ist tot, ausgestorben, weg. Also es ist uns wichtig, diese Tradition einfach, diese Begeisterung da weiterzugeben. Natürlich ist die Goldhauben-Gemeinschaft, wie wir uns bezeichnen, steckt da schon die Gemeinschaft drinnen. Ist uns das ein wichtiges Anliegen, dass Menschen da einfach eine Gemeinschaft finden, wo sie gern dabei sind, wo sie willkommen sind, wo sie eine Fähigkeit haben, wo die Fähigkeiten, die sie haben, auch geschätzt werden. Also dieses Gemeinsame, dieses Wir, ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Goldhauben-Frauen, das wir einfach auch vermitteln wollen. Dieses Wir-Gemeinsam-Stellen-Was-Auf-Divis, wir gemeinsam machen was, wir backen Kuchen und verkaufen sie, wir backen Kekse und verkaufen sie, wir machen diverse Sachen, damit wir dann jemand anderem mit denen helfen können. Also, dass wir da einfach sozialkaraktive Initiativen unterstützen können. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Dass wir neue Dinge aufgreifen und als Tradition einführen, gehört natürlich auch dazu. Ist auch ganz was Wichtiges, dass wir uns auf was Neiges einlassen, dass wir auch moderne Zugänge möglich machen. Also im Sinne von, zum Beispiel bei dem Goldband, wo wir einfach festgestellt haben, es war schwierig, du hast viele Kinder, die viel gern mitgingen im Goldhäubchen. Das ist quasi noch, wie so eine Bodenhaube eben ausschaut. Und das ist total beliebt bei kleinen Mädels ab drei, vier Jahren, bis hin zu zehn, elf Jahren. Und dann wird es wirklich schwierig, weil erstens wollen dann die 13, 14-Jährigen nicht mehr gleichgestellt sein mit einem vierjährigen Kind. Und das war halt so das Thema. Plötzlich verlierst du die Mädchen, die vorher mit Begeisterung dabei sind, bis eben irgendwann einmal in das Alter kommen, wo sie sagen, so und jetzt bin ich reif für die Goldhaube. Und dadurch, dass wir dieses Goldband als Lückenschluss eingeführt haben, das jetzt natürlich nicht existiert hat, aber das in der Technik gestickt ist wie eine Goldhaube oder eben das Mädchenhäubchen, dadurch haben wir sozusagen jetzt so ein Bindeglied, wo wir uns doch auch diese Mädchen in einem Alter von 12 bis 18 in der Gruppe halten können. Wo sie natürlich auch wieder neue Dinge ausprobieren können. Unterschiedlichste Kursangebote, die es auch in den Ortsgruppen gibt. Gerade auch die Stadt Kuppenberg ist da federführend in der Jugendhandwerkstatt, wo sie Verschiedenes anbieten, um eben auch diese Altersgruppe gut anzusprechen. Das klingt schon sehr innovativ, finde ich. Und weil du gerade vom Bindeglied oder von der Bindezeit geredet hast, wie lange ist man durchschnittlich Mitglied bei den Goldhauben? Wir müssen ganz kurz unterbrechen. Warte mal, wir gehen schnell in einen anderen Raum. Passt? Ich nehme sie in den Sessel, passt. Perfekt. So, die Frage war nochmal was? Wie lange man im Durchschnitt Mitglied bei den Goldhauben? Ja, das ist das Allerschönste, wenn ich Geld habe. Genau. Man kann diese Dauer maximal ausdehnen von dem Zeitpunkt, wo man dazugeht. Man wird nie zu alt dafür. Genau. Und es ist auch so die Erfahrung aus den Ortsgruppen, dass dann auch wenn die Damen zum Beispiel in einem Seniorenheim sind, aber dass die dann trotzdem nach wie vor im Januar noch einmal besucht werden und einer das Neueste aus der Gruppe erzählt wird. Und da freuen sie sich unheimlich darüber, dass sie nicht vergessen sind und ein Teil der Gruppe nach wie vor sind, im Gespräch bleiben, die Grüße ausrichten. Also das ist eigentlich die Schöne daran, dass wir so eine große Altersbandbreite haben in den Gruppen. Und man ist auch nie zu jung dafür, habe ich vorher rausgekehrt, oder? Richtig. Also sobald man reinkommt, kann man im Grunde schon mitgehen. Nur bei den Herren schaut es eben komisch aus. Genau. Also die nehmen wir gerne mit Hut. Und also da gibt es ja recht feine Biedermeier-Hüte, die ist vielleicht noch so am Rande. Also die Biedermeier-Hernanzüge, die kennt man ja vielleicht noch aus so historischen Filmen. und dort und da gibt es manchmal auch viel haben, noch diese Biedermeier-Zylinder zu kaufen. Also quasi ein Zylinderhut. Und das Besondere daran ist, dass die aus einem Maulwurfspelz gemacht wurden. Wenn man da drüber streicht, über so einen alten Biedermeier-Hut, der ist ganz samtig und glänzend. Und wenn man dann genau anschaut und man weiß, dass das eigentlich ein Maulwurffell war, dann sorgt man es nämlich auch plötzlich, dass es ein Maulwurffell ist. Und man hat ja da bis zu 20 Maulwurfpelzchen gebraucht, dass man so einen Hut damit überziehen konnte. Aber wenn man so einen Hut noch in der Familie hat, die werden doch immer wieder noch wo aufgefunden, dann ist das natürlich auch etwas Besonderes, wenn das ausgetragen wird. Spannend, muss ich bei mir einmal nachfragen. Naja, und was natürlich schon ist, es hat ja in den letzten 20, 30, 40 Jahren auch die Trachtenerneuerung gegeben. Neben der Goldhaumerneuerung hat es ja in ganz vielen Orten eine Trachtenerneuerung gegeben, wo auch in vielen Ortsgruppen eben eine Herrentracht entworfen worden ist. Das heißt einfach, ein besonderes Jackett für die Herren vielleicht eben auch mit einer Kopfbedeckung sogar dazu oder wiederbelebt worden ist, was es vielleicht auch schon gegeben hat. Wie zum Beispiel im Untermüllviertel sind das zum Teil diese Kalmok-Schamper und diese Hütte mit der Steinfeder. Und natürlich sind die Herren gern gesehen, wenn sie da mitgehen mit so einer Tracht. Also Manuel, wenn du Lust verspürst, erkundige dich bei deiner Gruppe, vielleicht gibt es schon eine Herrentracht, wenn nicht, bin mir sicher, ein Maulwurfbett vorzunehmen. Da bin ich mir sicher, dass eine Herrentracht entworfen wird. Sonst schaue ich rüber zu euch nach Berg. Genau. Sehr schön. Wir haben auch Fragen vorbereitet und da würde ich euch jetzt bitten, liebe Barbara und Sabine, dass ihr euch für eine Zahl zwischen 1 und 30 einigt. Einigen müssen wir uns gleich. Also ich fahre für 4. Ich bin auch für 4. Ja, passt. Ja, wir haben uns für 4 geeinigt. Für 4? Ja, dann suchen wir die Frage raus. 4. Und zwar, seit wann seid ihr jetzt direkt im Verein von die Goldhauben? In dem Fall. Und habt ihr immer schon gewusst, dass ihr da, also bis ihr jung wart, einmal dabei seid und dabei sein möchtet? Das ist eine super Frage. Also wie ich klar war, habe ich mir immer gedacht, ich würde viel gerne mit diesen Häubchenmädchen mitgehen. Das hat sich irgendwie nicht so ergeben, aber wir haben miterlebt, wie unsere Mama die Goldhaube gestickt hat und das war halt wahnsinnig faszinierend. Da herrscht nämlich so eine ganz eigene Stimmung während des Stickens. Die Stickerin ist extrem konzentriert in dem Tun, das sie da macht quasi. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das ist so ein warmes, wohliges Gefühl im Bau. Du kannst keine Probleme wälzen und bist aber völlig mit dir im Reinen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die goldene Farbe direkt ins Herz reingeht. Man sagt ja immer, Gold ist die Farbe der Sonne und das erwärmt das Gemüt. Mag sein. Jedenfalls, wie ich dann 18 war, dann kannst du dir vorstellen, war alles andere als Gold haben. habe ich mir dankend abgelehnt. Und wie ich dann so gegen 30 ging, war das halt auch so ein Thema, dass ich angesprochen worden bin von der Ortsfrau damals, ob ich nicht dazugehen möchte, weil so wenig Junge dabei sind. Und im ersten Moment war ich versucht, Nein zu sagen und dann habe ich mir überlegt, aber wie ist das eigentlich, wenn einmal niemand mehr geht, wenn niemand mehr mitginge. Und habe festgestellt, mir würde das bei Fronleichnam und sonstigen Anlässen extrem fehlen, weil dieses Glänzen und Glitzern aus meiner Kindheit wahnsinnig beeindruckt bin ich gefunden habe. Und so war es halt dann, wie es öfter ist, dass man sich denkt, naja, okay, aber wenn man das ja eigentlich nicht möchte, dass das aufhört, dann muss man selbst dazu. Und so bin ich zu den Goldhaben gekommen im Alter von 30 Jahren und seither leidenschaftlich dabei. Genau, und ich habe mich anstecken lassen. Genau, so bin ich mein erstes Opfer. Nein, eigentlich war meine Tochter die jede. Ja, das stimmt, ich habe den Umweg über die Tochter gewählt, die komplett begeistert war und gesagt hat, Mama, ich möchte da unbedingt mitgehen, du musst mir so ein Häufchen sticken. Gesagt, getan. Und dann war natürlich die Frage der Begleitung, wer geht denn jetzt mit ihr? Und dann hat meine Tochter so ein bisschen geschaut, mit wem es da geht und dann hat sie gesagt, nein Mama, du musst mit mir gehen. Damit war die Entscheidung gefehlt und seitdem natürlich mit der Begeisterung von der Barbara. Ja, seitdem bin ich auch mit Begeisterung dabei und genieße wirklich, genieße jeden Ausgang, das muss ich wirklich sagen. Das ist echt schön zum Herrn. Meine letzte Frage an euch ist eine Frage aus dem Publikum. Die Daniela aus Hirschbach würde gerne wissen, wie lang sind eure Funktionäre ungefähr im Durchschnitt im Vorstand und wie findet der Wechsel statt? Ist er immer fließend oder von einem Tag auf den anderen? Wie schaut das bei euch bei den Guilharpen aus? Das ist ganz unterschiedlich. Also in den einzelnen Ortsgruppen gibt es da ganz unterschiedliche Traditionen. Dadurch, dass wir ja kein Verein noch Vereinsrecht sind, sondern im Grunde offene Interessensgemeinschaften, gibt es ja nicht so etwas wie ein Statut im Sinne von einer Jahreshauptversammlung, dass das eine Wahl sein muss mit diesen und diesen Funktionen. Und da hat jede Ortsgruppe so ihre eigenen Modi, wenn man will, entwickelt. Eigentlich ist es meistens so, dass die Ortsopfrauen ihre Tätigkeit zehn Jahre und mehr ausüben. Also wir haben auch durchaus Ortsopfrauen dabei, die seit Anbeginn fast Obfrau sind, weil sie es mit derartiger Leidenschaft machen. Aber so im Allgemeinen kann man sagen, ist es so, in den überwiegenden Gruppen ist so nach zehn, fünfzehn Jahren dann, dass es einen Wechsel gibt. Und die anderen Funktionen, ich sage jetzt die Kassierin zum Beispiel, das ist meistens mit der Obfrau gemeinsam. Das sind es ja häufig auch Freundinnen, die sich gut verstehen, die auf kürzesten und direkten Weg da einfach auch dann miteinander kommunizieren. Also das funktioniert eigentlich hervorragend, muss man sagen. Wow. Also der Mann und ich haben sich gerade angeschaut, wie du gesagt hast, zehn, 15 Jahre ist man im Durchschnitt da an der Führungsposition. Das ist schon ganz eine lange Zeit und ich finde das bewundernswert. Ja, aber es ist wirklich so, wenn wir die Obfrauen so beieinander haben bei unseren Bezirkstagungen, weil wir geben da natürlich dann, wir machen zweimal im Jahr eine Bezirkstagung, wo wir zum anderen natürlich die Informationen, die von der Landesobfrau kommen, weitergeben oder was auch wir als Bezirksobfrauen so miteinander besprochen haben, weil da treffen wir uns eben auch zweimal im Jahr. Und bei diesen Bezirkstagungen, wo die Obfrauen alle da sind, da spürt man wirklich diese Begeisterung, auch wenn sie es schon so lange machen, aber wie sehr ihnen das taugt, dass sie da was machen und einfach ein gutes Werk vollbringen oder dort wieder einmal die Fahnen restaurieren lassen. Also es gehört ja auch, die Kulturgutpflege ist auch so ein Teil, für den die Goldhaubenfrauen ja stehen. Also Dinge, die eben, manchmal ist der Kameradschaftsbund, sehr häufig sind es die Feuerwehrfahnen oder kirchliche Fahnen, für die eigentlich sonst nicht so recht das Geld da ist, aber das dann gern die Patenschaft von den Goldhaubenfrauen übernommen wird oder eine Kapelle, die einmal renoviert wird. Und da merkst du, die sind da mit so viel Feuer dabei, dass ihnen, glaube ich, oft gar nicht bewusst ist, dass sie es schon so lange Zeit machen. Und man merkt, wenn man euch zwar beim Reden zuhört, was für Feuer das ihr habt und was für Begeisterung das ihr so ausstreut, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr heute bei uns im Podcast hört, zwei echte Goldhabendamen bei uns. Ja, voll gern. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Wir wünschen euch noch viel Spaß, euren Ortsgruppen natürlich auch. Also eins von unseren Anliegen war schon auch, dass wir, die Kommunikation ist ja ganz was Wichtiges. Eben sozusagen zum anderen die Informationen, die vom Land kommen oder wenn ein Anliegen für ein großes Spendenprojekt wieder da ist, so wie die Sanierung vom Domkreuz zum Beispiel. Und da ist ja immer die Frage, wie kommunizierst du das? Und die Kommunikationsgeschwindigkeit, das brauche ich euch nicht erzählen, die hat sich halt heute verändert. Das war vor zehn Jahren ja, wenn wir nur zehn Jahre zurückdenken, noch ganz anders. Und es ist halt schon so, dass vor allem auch die jüngeren Damen die neuen Medien nutzen. Ja, wäre es nicht auf Facebook oder Instagram, jetzt sage ich Snapchat, da bin ich gerade noch ein bisschen schlecht, aber werde ich auch noch mehr aneignen, weil es auch für mich immer wieder ein Lernprozess ist und spannend ist. Aber ich glaube schon, dass auch die neuen Medien eben ganz wichtig sind, dass man eine Webseite braucht, dass man, also das ist ganz was Essentielles, um präsent zu sein und um auch natürlich wiederum junge Frauen anzusprechen. Und auch um eins, dass man eins deutlich macht. Wir lieben diese Tradition, ja. Wir lieben die Tradition gern. Aber was eben auch mit diesem Zugang zu den neuen Medien zu zeitgemäßen tun oder irgendwie in Verbindung steht, ist, dass wir ja trotzdem ein modernes Frauenbild haben. Also das heißt, dass man Brauchtum pflegen, dass man Tradition pflegen, heißt ja nicht, dass man verstaubt sind, sondern eigentlich, dass sich das durchaus gut verbinden lässt. Sozusagen eine Tradition mit dem, dass man moderne Frauen sind und ein modernes Frauenbild haben. Genau. Also wir leben nicht im Biedermeier, sondern wir sehen die Welt so ganz offen und klar. Und das ist halt auch wichtig, dass wir auch für uns nutzen. Da gehören die modernen Medien dazu und trotzdem wollen wir diese alte, alte Tradition pflegen. Das ist jetzt voll schön gesagt. Ja. Und man merkt, wenn man euch zwar beim Reden zuhört, was für Feuer, das ihr habt und was für Begeisterung, das ihr so ausstreut, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr heute bei uns im Podcast hört, zwei echte Goldhabendamen bei uns. Ja, voll gern. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Wir wünschen euch noch viel Spaß, euren Ortsgruppen natürlich auch. Mhm. Danke an euch da draußen. Teil gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst. Diese Lambert ist das. was.